Es gibt eine kleine Überraschung heute. Es gibt eine Band Senioros Capones aus Bangla, die ganz lange gebraucht haben, die eigentlich schon im November, dann im Dezember und jetzt endlich, Ende Januar, heute Abend, das erste Mal auf der Bühne sind. Für alle, die hier sind, es hat sich gelohnt. Es gibt eine kleine Überraschung, es gibt einen verrückten Sänger, viele von euch kennen ihn. Leider war er in der Klasse. Jetzt kommt der Gang raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Nunca hago nada, yo nunca hago nada Y yo nunca hago nada Nada, 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 nada Con tus sermones impartes obligaciones Con tus sermones divulgas tus opiniones Son tus sermones el ceniz de los tostones Con tus sermones estoy hasta los cojones Uno macarra, los señores cabrones son unos macarra de mierda